Hallo zusammen, immer wenn meine Videos so anfangen, wisst ihr, ich habe gerade geschwitzt. Und zwar liegt das daran, dass ich soeben draussen an der frischen Luft war und für euch ein Workout-Video abgedreht habe. Ich wollte euch nämlich etwas zeigen. Ich kriege nämlich momentan ganz viele Nachrichten von euch. Anja, wie kann ich mich simpel und einfach ohne Fitnessstudio für den Sommer ein bisschen fit machen? Und ich möchte euch zeigen, dass ihr gar nicht so weit überlegen müsst. Es ist ganz simpel. Ich habe euch ein Workout-Video gemacht mit nur einer Übung sozusagen. Also ein ganzes Workout besteht aus nur einer Übung. Wie soll das gehen? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar machen wir eine sogenannte Pyramide mit dem ganz einfachen Ausfallschritt. Ich mache hier als erstes 10 Jump Lunges. Sobald ich diese 10 Jump Lunges gemacht habe, mache ich 10 einfache Ausfallschritte. Und sobald ich diese 10 Ausfallschritte geschafft habe, halte ich die klassische Squat-Position, also die Kniebeuge, für 10 Sekunden. Jetzt mache ich das Ganze noch einmal von vorne. Jedoch mache ich jetzt 9 Jump Lunges. Dann mache ich 9 einfache Ausfallschritte. Und dann halte ich die Squat-Position für 9 Sekunden. Sobald ich das durch habe, mache ich dann das Ganze 8 Mal. Dann mache ich alles 7 Mal, 6 Mal, 5 Mal, 4 Mal, 3, 2, 1, bis ich schließlich geschafft habe. Sobald ich das ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020